Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop Tutorial von Creative Aktuell. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in Photoshop ein attraktives Angebotspaket in 3D gestalten könnt, so wie ihr es vielleicht schon aus der Werbekampagne von Sky kennt. Und los geht's! Im ersten Schritt legt ihr in Photoshop zunächst eine neue Datei an. Wählt dazu den Menübefehl Datei Neu. Ich entscheide mich für eine Bildgröße von 1600x900 Pixeln. In Photoshop kann man leider keinen abgerundeten Würfel erzeugen, daher habe ich mir einen Säulchen über eine Webseite heruntergeladen. Ihr findet den Link zu dieser Seite im Infobereich unter dem Video. Wenn ihr den Würfel professionell einsetzen möchtet, beachtet bitte dessen Nutzungsbedingungen. Nachdem ihr das 3D-Modell heruntergeladen und entpackt habt, könnt ihr es ganz einfach in Photoshop importieren. Dazu öffnet ihr das 3D-Bedienfeld, stellt oben als Quelle Datei ein und klickt auf Erstellen. Wählt danach das 3D-Modell aus. Im anschließenden Dialog stellt ihr noch die Auflösung des 3D-Modells ein. Ich entscheide mich für eine Kantenlänge von 10 cm. Und nach einem Klick auf OK liegt der Würfel in einer neu angelegten 3D-Ebene. Im nächsten Schritt wollen wir die Kameraposition so ändern, dass der Würfel aus einer interessanteren Perspektive zu sehen ist. Dazu klickt ihr auf die Arbeitsfläche oder alternativ im 3D-Bedienfeld auf aktuelle Ansicht. Ihr seht jetzt, dass der Arbeitsbereich einen goldenen Rahmen erhalten hat. Dieser goldene Rahmen zeigt an, dass sich die 3D-Werkzeuge, die sich oben im Programmfenster befinden, nun auf die Kamera beziehen. Ist dagegen das 3D-Objekt markiert, verschwindet dieser goldene Rahmen und das bedeutet, dass sich die 3D-Werkzeuge nun auf das markierte 3D-Objekt beziehen. Wir bewegen jetzt aber die Kameraposition. Klickt also auf die Arbeitsfläche und dann oben auf das Kreisenwerkzeug. Klickt und zieht mit der Maus auf der Arbeitsfläche, um die Kamera in die gewünschte Position zu bringen. Als nächstes soll der Würfel eine neue Textur, also eine Motivfüllung erhalten. In meinem Beispiel habe ich im Vorfeld eine quadratische Photoshop-Datei mit einem Beispielangebot erzeugt. Das Praktische ist, dass auch Photoshop-Dateien mit Ebenen als Texturen verwendet werden können. Klickt im 3D-Bedienfeld auf die Materialien-Ebene. Danach klickt ihr im Eigenschaften-Bedienfeld auf das kleine Datei-Symbol rechts neben der Objektfarbe und wählt den Befehl Textur ersetzen. Stellt eure gestaltete Textur ein und nachdem ihr auf OK geklickt habt, seht ihr, dass euer Würfel nun wunderbar mit eurer Werbung tapeziert wurde. Unser Würfel soll nun noch zum Glänzen gebracht werden. Stellt dafür zunächst folgende Werte im Eigenschaften-Bedienfeld ein. Glanzstärke 100%, Spiegelung 14%, Rauheit 0%, Bump 59%, Deckkraft 100% und Brechung 1,475. Dieser Glanzeffekt ist jetzt noch ein bisschen dezent. Für einen noch intensiveren Glanzeffekt stellen wir nun ein, dass sich die Umgebung im Würfel spiegeln soll. Ihr könnt dazu ein ganz normales Foto verwenden oder schnell eine eigene Datei erzeugen. Legt dazu eine neue, relativ große Photoshop-Datei an, zum Beispiel in einer Größe von 3000x2000 Pixeln. Stellt als Vorder- und Hintergrundfarben Schwarz und Weiß ein. Wählt dann den Befehl Filter Render Filter Wolken. Dann zeichnet das Ganze mit dem Gaussian Weichzeichner relativ stark weich. In meinem Fall verwende ich einen Radius von 29. Erhöht schließlich den Kontrast ein wenig, zum Beispiel über den Gradationskurven-Dialog. Speichert die Datei als Photoshop-Datei ab. Zurück in der Composing-Datei wählt ihr im Eigenschaften-Bedienfeld die Umgebungsebene aus. Wählt bei IBL, also Image-Based Lighting, den Befehl Textur ersetzen. Stellt eure zuvor erstellte Umgebungsstruktur ein. Durch Ziehen mit der Maus im Bild könnt ihr nun eure Umgebung so lange drehen, bis euch die Spiegelungen im Würfel zusagen. Über den Regler Intensität könnt ihr die Stärke der Spiegelungen beeinflussen. Ich möchte, dass meine Werbung nicht zu stark untergeht und ziehe den Regler deshalb etwas nach links. Um eine Bodenspiegelung einzustellen, ändert die Deckkraft im Abschnitt Spiegelungen auf ca. 60%. Schließlich werden wir noch den Lichteinfall anpassen. Dazu markiert ihr im 3D-Bedienfeld die Lichtebene. Es erscheint eine Kugel. Über diese Kugel könnt ihr dann den Lichteinfall einstellen. Bei mir kommt das Licht schließlich von vorne. Jetzt ist soweit alles eingestellt und der Würfel kann gerendert werden. Drückt dazu den Rendern-Button im 3D-Bedienfeld und schon geht's los. So, und hier ist dann der fertig gerenderte Angebotswürfel. Wenn ihr diesen Würfel dann einmal fertiggestellt habt, ist es relativ leicht, weitere Würfel zu integrieren. Um Platz für weitere Würfel zu schaffen, vergrößert erst einmal die Arbeitsfläche über Bild und Arbeitsfläche. Markiert euren Würfel im 3D-Bedienfeld und wählt aus dem Bedienfeldmenü den Eintrag Objekt duplizieren. Das duplizierte Objekt liegt nun genau unter dem ersten Objekt und ist auch schon markiert, wodurch ihr es gleich verschieben könnt. Ihr seht dazu ein kleines Koordinatensystem. An den Pfeilen dieses Koordinatensystems könnt ihr ziehen. Das Objekt bewegt sich dann entlang der jeweiligen Achse. Bewegt den Mauszeiger auf den roten Pfeil. Wenn sich dessen Spitze gelb einfärbt, zieht ihr mit der Maus nach rechts, um das Objekt zu verschieben. Ändert nun die Textur des zweiten Würfels. Mit den anderen Würfeln verfahrt ihr genauso. Schließlich passt ihr noch eure Kameraposition an das veränderte Composing an. Ja, und damit ist das Angebotswürfel-Composing auch schon fertiggestellt. Ich hoffe, dass euch dieses Tutorial gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr das Video weiterempfehlt. Auf Creative Aktuell könnt ihr euch das Ganze übrigens noch einmal in Text und Bild zu Gemüte führen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.